Wir sind hier im Deutschen Museum, im Technikmuseum, Verkehrsmuseum. Verkehrsmuseum. Verkehrszentrum des Deutschen Museums, um ganz offiziell zu sein. Und liebe Bike-Enthusiasten, vor mir steht der Thomas Geisler vom Pressedienst Fahrrad und der stellt uns das Ghost E-Riot vor. Ein wunderschönes E-Mountainbike fully. Ja, wir haben hier das E-Riot von Ghost in der Vajante Trail. Ja, es ist ein schönes E-Mountainbike für den Alltagseinsatz oder besser gesagt für jeden, der Bock auf E-Mountainbiken hat. Einfach mal raus in den Wald und los für bergauf und bergab. Der Spaß ist da. Was natürlich gleich aufgefallen ist, wie Patrick, der auch beim ersten Blick ist, der Hinterbau, der ein bisschen eine Ghost anders ausschaut, als gewöhnlich. Das ist hier eine Ghost-Eigenentwicklung, das sogenannte Traction-Link-System, das hier so eine Wippe dabei hat, um einfach, wenn man mit dem Hinterrad über ein Hindernis fährt, einfach weiterhin die Traktion zu haben, dass das Hinterrad auf dem Boden bleibt und nicht den Bodenkontakt verliert, wenn es einen Schlag abbekommt. Und das ist eigentlich ganz praktisch. Ich bin jetzt auch mit einem unmotorisierten Ghost zwei-, dreimal gefahren, das das Traction-Link-System hat. Und man merkt einfach, wie toll das ist. Und ich konnte dann auch Wege runterfahren, die ich mich normalerweise nicht getraut hätte. Und ja, das ist einfach ein schönes System und macht auch richtig viel Spaß damit, unterwegs zu sein. Was noch eine Besonderheit jetzt ist oder was Neues bei Ghost ist die sogenannte Superfit-Geometrie. Das ist ein neues ergonomisches Konzept, weil bei Ghost haben sie verschiedene Studien durchgeführt und Körperdaten ausgelesen und sind zur Erkenntnis gekommen, dass Leute im selben Größencluster eigentlich auch dieselben Proportionen haben. Also diese gleiche Armlänge, gleiche Beinlänge. Und deswegen braucht es eigentlich aus Ghost-Sicht nicht die verschiedenen Rahmen-Geometrie-Daten, sondern wenn man sich ein neues Fahrrad kauft, reicht einfach die Körpergröße, Innenbeinlänge noch angeben und dann findet man auch über die Homepage, zum Beispiel gibt es einen Größenfinder, seinen geeigneten Rahmen, seine eigene Rahmengröße. Und die Rahmengröße ist dann aber so ausgerechnet, dass der Lenker schon passend abgestimmt ist und man muss eigentlich nur noch den Sattel richtig einstellen, sich draufsetzen und losfahren. Und das ist wirklich ein Konzept, das gut funktioniert. Also ich finde es super, ich muss dann einfach angeben, ich brauche einen M-Rahmen, habe mich draufgesetzt, Sattel eingestellt und bin losgefahren, ohne jetzt irgendwie noch rumzudockt. Dann brauche ich einen breiteren Lenker, brauche ich einen engeren Lenker, brauche ich andere Griffe. Und das macht einfach Spaß und da muss man einfach sich draufsetzen und kann sich wohlfühlen. Der Motor ist sicherlich für dich noch interessant und die Akkuleistung, wir haben hier einen Bosch-Motor, eine Performance Line CX mit einem 625 Wattstunden Akku. Und ja, dann mit dem kann man auch... 81 Newtonmeter, die bei dem Bosch-Motor sehr effizient nach oben gebracht werden. Genau, bergauf hat man dann die nötige Power, kann auch mal ein bisschen längere Anstiege hochjagen, natürlich nicht nur im Turbo-Modus, sondern sollte auch selber noch ein bisschen betreten. Was wir natürlich noch auch mit haben, ist die versenkbare Sattelstütze, wenn es dann wieder bergab geht, dass man dann einfach unterwegs ist, Sattel rein und besser bergab fahren kann. Ja, und das ist so der Spaß. Na klar, hier noch Federgabel mit entsprechendem Federweg. 36er Fox-Federgabel vorne und der Dämpfer ebenfalls. Genau, große Scheibenbremsen von Shimano noch dran. Shimano, 12-fach Schaltung. Ja. Also, alles, was man am Mountainbike liebt und jetzt schätzt, beim neuesten Stand der Technik sieht man hier nochmal. 203er Scheiben bei den Bremsen mit einer Shimano-Effekt-Bremse vorne und hinten. Genau. Cool, Thomas, tausend Dank. Bitteschön. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst uns einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, Glocke nicht vergessen, dann kriegt ihr regelmäßig die Infos. Vielen Dank. Ciao.